Wir sind zurück. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir können mal gucken. Ich hasse diese Kameraansicht. Okay, was ist hier? Da, was ist da? Rechts zwei. Ein. Was ist das? Ich wollte mich gerade voll... Was ist denn das? Eine Maske? Okay. Hm. Muss ich da lang gehen oder links? Ach, hierbei kreischt irgendwas. Da ist das ein Totem oder... Oh, shit. Na gut, schauen wir doch mal. Umdrehen. Schwarz. Das heißt, wir sollten auf alle Fälle nett zu Tieren sein. Geht's denn lang hier? Diese Steirung. Aber Jessica ist abverschwunden. Ja, das... Okay, ein bisschen lustig ist das schon. Oh, er ist sauer. Witty oder grumpy? Hm. Versuchen wir mal rauszukitzeln noch ein bisschen. Oh, nein. Großartig. Dann schauen wir doch mal... Oh, da liegt wieder... Ist das immer noch derselbe Totem? Warum sind da so viele Totems? Oh, man. Dreh's um. Hopp, hopp. Wasserfall? Heißt das, ich muss da lang gehen? Warte, das muss ich mir nochmal angucken. Oh. Hoppala. Nein, wir wollen doch weitermachen. So. Blablablablabla. Was heißt denn das? Da ist ein... Das hilft mir nicht. Found on the... Toll, wir gehen irgendwo lang. Wir müssen... Na gut. Na gut. Also irgendwas mit einem... Wasserfall. Äh. Mit so einem Wasserrad. Oh, das sieht ja... Das ist schon ziemlich geil. Das sieht schon ziemlich geil aus. Aber irgendjemand beobachtet uns und wir sind nicht ganz sicher. So, wo ist denn... Wo ist eigentlich diese bescheuerte Cabin? Ich muss nur mal ankommen. Mann, wie weit weg ist denn? Ich hasse diese Kameransicht. So. Ist da... Ich muss mich verteidigen, ich hab nix. Oh, Mike, jetzt... Oh, Gott. Was war denn das? Bescheuert, ey. Hey, Jessica. Krass, ey. War geil, dass man auch die Fußspuren sehen kann. Okay. Wir sollten uns echt beeilen und da aus dem... Wald wegkommen. Wo ist denn jetzt das Hütlein? Ach, ich kann nix sehen mit dieser Ansicht. Mich nervt, dass man die Kameransicht nicht selber machen kann. Noch irgendwo ein Totem. Nein. Cool, sind wir endlich da? Das ist es, glaube ich, nicht, oder? Nee. Was ist denn das hier? Oh. Aha. Eine alte Maske. Scare. Los. Das war ja nicht der Plan. Och, die sind aber auch ein bisschen zum Fremdschämen. Oh, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Lass mich noch mal reingucken in die Hütte. So. Dann gehen wir doch mal lieber woanders hin. Zu dieser blöden Kuschelhütte, oder was? Nix übersehen, nix übersehen. Noch ein Totem. Die sind aber auch mies. Jetzt habe ich mich verjagt. Man, das ist die Wildnis, ne? Okay. Das klingt nicht gut. Ich gehe mal da links lang. Alter, könnt ihr das hören? Vielleicht nicht so laut wie ich. Das klingt, als würde irgendwas gejagt werden. Oh. Shit. Shit, shit, shit. Oh nein. Wir müssen es umbringen. Das leidet ja nur. Hey, bud. Hey. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gestresst. Oh Gott. Los, Jessica, head'n. Jessica, head'n. Mike, get the key, get it open! Öffne, öffne, öffne. Öffne. Hm. Hm. Boah, alter. Alter. Boah. Scheiß Bären. Okay. 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 Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is going to open that cabin door. I guess you're right. Hm. I'm not quite sure. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Typical. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's not the beautiful thing, that's right. Butterfly effect. Oh Gott, oh Gott. Das ist der ist so'n Duschbeck. Die Frau ist nass, Mann, Alter. Wir brauchen tatsächlich Wärme. Na gut. Okay. Überlebt. Das ist schon mal gut. Ich feiere jeden, den ich irgendwie retten kann. Status updated. Yes. Dann machen wir doch mal alles gemütlich hier. So. Das will ja schon. Klapp dich. Klapp dich. Oh. Das geht noch nicht an, aber da fehlt wahrscheinlich noch was. Okay. Ich mach hier schon, ich mach hier schon. Gute Lady, ich mach hier schon. Oh shit. Fuck. Mike. What? Oh crap. What? What? Where is it? What? What's wrong? Gone. He's gone, okay? Just slow down. What is gone? What's on the phone? Sherlock. Can't find it? Oh crap, no. I must have dropped it outside. Oh. Yeah. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Okay. Well, I'll have you look forward. It's gotta be outside. Yeah. I don't think we want to go out there right now. Yeah. Beer. Okay. Feuer Anna. Feuer. Schmutzel. I wish you hadn't gotten me completely soaking wet trying to scare me. Kind of a dick move. Yeah. That was not so planned. Probably fell out in the water and doesn't even work anymore anyway, so whatever. Alter. Don't worry. I'll make it up to you. I promise. Matches. You're lighting a fire, Michael, not writing a novel. I'll make it up to you. Holy. So. So. So we have here. It's so cold in here right now. Your tongue will get stuck to your flagpole. Nice. This will lighten up the mood a little. Oh. Hey. Why are you okay? What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. Nein. Hanna winning bronzer. Okay. Ah. He's running like an old uncle. Kamasutra. Kamasutra. Okay. Well, great. That's it. We need. He's running like an old uncle. Yeah. Mhm. It's very important. You can always use. The Bader. Was war denn da? War doch gar nix Ja, wir schauen hier, guck mal Ich mag diese Kameraansicht nicht So Da jetzt noch mal hier Feuer Aber immer nur so'n Scheiß Aha Okay So Aber jetzt noch mal das mit dem Feuerchen Alter Der, ich drück hier das Ding und nix funktioniert So Wie kann ich denn Sachen aus meinem Inventar benutzen So So, das ist schon mal gut Achso und, aha, okay Ich muss erst, okay Erst das Licht und dann Feuer, wer kommt doch darauf? Achso, R2 2 2 1 Ah, 2 Wunderbar Oh, muss ich auch selber machen? Oh Gott Wunderschön Wunderbar, ich schaffte Sehr romantisch Achso Äh Na ja, was ist denn los? Was macht ihr denn? Ach, die Musik Ich krieg die Krise Ach, die Musik Ich krieg die Krise Aha Oh Dieses Schmusepärchen Muss ich sie jetzt verführen? Achso Als Frauenversteher Erzähl mir was Ich will nicht zum Fenster Ich will nicht zum Fenster Ähm Okay, ich mach sie zu Ich mach sie zu Bitte, bitte, nix Bitte, nix Nix ist da Nix ist da Dankeschön Voila Shudders Shudders Shudded Now Where Are we Ochi, das hört sie denn Ochi, das hört sie denn Ochi, Mädchen Ochi, Mädchen Nein Come on Sie ist super Also sie nervt mich tierisch, aber Na ja Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Es ist super Es ist super hot Really? Ja, hell yeah Es ist Come here Knutschi, knutschi Oh Oh Wo ist mein Kotzeimer? Okay, was ist jetzt gruseliger? Der Bär draußen? Oder die beiden? Was passiert da? Ich kann nix sehen Hallo? Ich will auch gucken Blöde Zensur Wer ist denn da? Ist das und Oha Kann ich die Waffe mitnehmen? Ich will die Waffe mitnehmen Nein, okay Was ist denn das? Klien die Musik? Musik Musik, Musik, Musik Okay Wir sind super Ah, diese Steuerung Oh man Wie ist mein Telefon? Ich weiß nicht Ich weiß Es kam durch die Schmerzen Oh Oh For fuck's sake Goddammit Was? Those Goddammit assholes Probably followed us To fuck with us Just when we were getting down to business Oh oh Nein 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 Hey Hey Yeah Bricks That means you I know You're out there The fuck are you trying to do? You wanna ruin our fun that bad? Mmm Give it give it give it Guess what? You can't You can't ruin our good time Because Michael and I Are gonna fuck That's right We are going to have sex And it's gonna be hot So enjoy it Because I know we're going to But See I wouldn't have done this I would have done this Give a break ... 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 Was? Ah, wir haben mit dem Ujiya-Word gespielt. Jetzt gehen wir in den Keller. Oh so, ich spiel jetzt Ashley. Achso, halt, Moment. Also, Moment, ich muss mich kurz sammeln. Also, wir sind Ashley... So, okay. Ich wollte gerade... Was ist denn da gerade passiert? Warum ist denn jetzt Jessica... Was ist jetzt neu? Ah, Jessica resisted Mike's advances. Hm, das habe ich nur falsch gemacht. Na gut. Und hier hatten wir doch auch noch was, ne? Matt confronted Mike. Okay. Okay. Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Hm. Okay, also auf alle Fälle haben wir sie nicht rumgekriegt. Oh. Wahrscheinlich war ich zu langsam mit dem Feuer. Na gut. Ähm. Okay. Und genau, wir haben... Also, auf alle Fälle sind wir nicht alleine. Huch. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber gut. Ups. Library. Da ist ne Tür. Sag mal, wurde nicht Ashley... runtergeprügelt irgendwo hier? Oder war das hier? Oh, was ist da? Mhm. Im Keller ist Licht. Ach so, okay. Lass mich kurz noch was gucken. Und zwar bei den Totems... Oder hier Guidance. Ja, das... Aua, aua, irgendwas... Ne. Los. Jemand verbrennt. Das ist nicht gut. Ach so. Da, der Typ haut uns. Das ist doch Jessica, oder? Mhm. Okay. Okay, okay. Ich... Was ist denn hier mit der Tür? Hm. Hm. Ich weiß grad nicht mehr, warum wir in die Biothek gehen, ehrlich gesagt. Aber wir tun es einfach mal. Ach stimmt, das Licht ist ja auch immer noch... Ach stimmt, das Licht ist ja auch immer noch... Ja, ich muss es hier... Ich muss es? Pusche das Button. Moment, ich gucke mich erst noch um. Ich will erst mir alles anschauen hier. Auch wenn das... die Musik ganz andere Töne macht. Da kann man nichts anderes angucken. Ich will den Knopf nicht drücken. Ich will ihn nicht drücken. Na gut, wir pressen den Button. So, should we take a look? Yeah, after you. No, 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 you go. Gee, thanks. Jetzt krieg ich ihn. Okay. Warte, ist das ne Kamera? Krieg ich hier die Motten? Was ist denn das? Kannst du umdrehen? Ich will jetzt noch umdrehen. Ah. Ähm. Bitte was? Ja, wir müssen uns drücken. Chris! This is serious! We need to find Josh right now! Ja, stimmt. Jetzt abgehauen, weil wir ja dieses... ...Mogia-Bot gemacht haben. Okay. Und irgendwie ist ein... ...bösewicht hier im... ...um...umlauf. Ähm. ...der anschein... Was? 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 Irgendwas ist doch hier jetzt gerade geklickt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Land, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh... Wo... wo gehen wir denn hin? Ah! Die Tür ist aufgegangen! Da müssen wir wohl da rein! Hi Hi What is this? Okay Hmm Hä? Waren wir nicht hier schon? Kann ich rausgehen? Nee Hmm Wo ist denn jetzt Josh hin? Raus können wir nicht Okay, ich spiele noch einen Teil mit diesen hier Und dann ist, glaube ich, erstmal gut Sind denn alle? Ja Ich weiß aber nicht, ob das der Einzige ist, der da unterwegs ist Hmm Los Komm schon Oh, mein Kopf Was habe ich falsch gemacht? Der ist im Haus Warum, warum, warum Wer ist das? Warum? Oh Wie sieht es denn hier aus? Was ist denn das? Also gut, ich glaube, wir sind der Killer In diesem Szenario Aber irgendwie Ist er jetzt ein Mörder Also ein Typ hinter dem Ich bin verwirrt Oh nein Entscheidungen Doch, doch, ich mag sie alle Ich mag Sam Natürlich am liebsten Josh ist merkwürdig Okay Okay Äh Emily Weil Matt ist Einfach nur so ein Football Typ Oh, das ist aber blöd Hm Ashley ist zumindest vernünftig ängstlich Nicht hysterisch Ne, ich finde Mike total nervig Jessica ist nicht unbedingt weniger nervig Okay Interessant, das hätte ich jetzt auch gemacht Ich glaube, die meisten Leute mögen ein bisschen den Bad Boy Und nicht diesen Schmusi-Schmusi-Typen Ja, Mike ist auf alle Fälle Ach, so ein Ach, ne Ja, bitte Analysieren Sie mich Ach so, jetzt muss ich umgrillen Ja, Mike mag ich nicht, weil er ein komischer Football Typ ist Natürlich Das ist es Natürlich Das ist es Heißt das jetzt alle, die ich nicht mag sterben? Warum sieht es hier so komisch aus? Was ist das für eine Puppe? Was ist mit den anderen beiden passiert? Oh, ich dachte ich hätte ein bisschen Pause Lauf, lauf, lauf Okay Okay Was ist das? Was ist das? Oh Gott Hab ich geschafft Los, wir retten sie Los, wir retten sie Oh Gott Wow Wow Oh Oh Okay. Juhu! Shit! Zeit verloren. Ich hoffe, es reicht noch. Oh, shit! Oh, no, dammit! C'mon. C'mon. Let's go, Mikey boy. Money. Okay. 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 Ich belasse es jetzt mal hier dabei. Ich muss sie jetzt finden. Wir sind jetzt irgendwo hier in einer, oh Gott, komischen Höhle, wo Dinge drin sind. Und ja. Ich hoffe, meine Entscheidungen waren weise. Und jetzt? Ja, okay. Vielen Dank.